Hallo meine lieben Kapitalisten-Schweinchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sebastian und der November ist nun vorbei, deswegen schauen wir mal kurz in das Depot rein. Wie hat es sich entwickelt, was kam an Dividende herum? Hier seht ihr einmal die Bestände, das Kuchendiagramm, da hat sich jetzt im Vergleich zum Oktober nichts geändert, deswegen würde ich das auch gar nicht alles vorlesen und eure Zeit damit verschwenden und wir gucken gleich mal weiter. Die Performance, da haben wir nun im November, hier kann man sehen in der Heatmap, 11,7% performt. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, die Märkte sind nach oben geschossen. Generell dieses Jahr war total verrückt, im März und im Februar, da ging es richtig bergab durch die ganze Pandemie und Lockdown-Geschichten. Im April eine rasante Erholung, dann ein doch relativ ruhiger Sommer und nun im November 11,7%, wirklich klasse. Also wer hier dabei ist im Februar und im März und vielleicht auch noch im September und Oktober nachgekauft hat, der hat nun hier wirklich eine tolle Rechnung auf den Tisch bekommen. 11,7% ist doch wirklich eine klasse Sache, dadurch ist das Portfolio dieses Jahr auch 4,1% im Plus. Wirklich sehr, sehr schön, dass ich drei Jahre lang bis jetzt zumindest immer positiv performt habe zum Jahresende hin. Wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da ist ja noch die Frage, was kommt noch auf uns zu? Bekommen wir noch einen härteren Lockdown? Wie sieht es aus? Was ist mit den eventuellen Pleitefällen, die nun nach den ganzen Maßnahmen nun eventuell noch kommen werden? Wie viele Leute werden arbeitslos? Gibt es eine starke Bereinigung auf dem Markt? Ja oder nein? Das wird alles die Zukunft zeigen. Schauen wir nun mal genau in die Wertpapiere hinein. Immer noch auf Platz 1 ist Lame Research. Lame Research entwickelt sich wirklich sehr, sehr prächtig. Also 197,77% nur an Kursgewinnen. Wirklich sehr schön. Inklusive der Dividende schon 202,53%. Ja, also mein Kapital schon ein bisschen mehr als verdreifacht. Wirklich, wirklich stark. Apple braucht sich natürlich nicht verstecken mit 153,65%. Auch Procter & Gamble, Microsoft und Clorox laufen wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch hier unten hat sich einiges getan. Zum Beispiel eine World Dutch Shell hat ja sehr stark performt in den letzten Wochen. Ich habe ja hier mal einmal nachgekauft am 12.03.2020 für 900 Euro knapp. Das waren 12,21 Euro je Stück. Also 73 Aktien. Aktuell liegt der Kurs bei 14,21 Euro. Das heißt, diese 73 Aktien konnten mir jeweils 2 Euro schon wieder gut performen. Also wirklich eine klasse Entwicklung. Nur noch minus 10%. Ja, World Dutch Shell war bei mir mal mit über 30% im Minus. Also hier hat sich die Stimmung auch deutlich, deutlich aufgehellt. Schauen wir uns nun die Dividenden an. Das eigentlich Interessante, wie viel kam denn nun an Cashflow diesen Monat bei Rum? Und da sehen wir hier im November 2020 gab es satte 44,81 Euro. Auch ein bisschen geschuldet, dass Unilever dieses Jahr im November ausgezahlt hat. Letztes Jahr können wir hier mal gucken. Bei 2019 haben sie nämlich erst im Dezember ausgeschüttet. Deswegen ist hier ein so großer Peaksprung vorhanden. Die Dividenden kamen von Appwee, Apple, Clorox, Mainstreet Capital, Procter & Gamble, Realty Income und Unilever. Also alles in allen 44,81 Euro. Sehr, sehr schön. Damit kann man da schon einiges anfangen, um dies wieder zu reinvestieren. Das Quartal läuft ja noch. Wir haben ja noch den Monat Dezember vor uns. Wir werden definitiv das Quartal im Vorjahreszeitraum 2019 schlagen. Da sind wir aktuell bei 75,91 Euro. Letztes Quartal waren es 100,15 Euro 2019. Also alles wirklich sehr solide. In diesem Jahr auch eine wunderschöne Steigerung. Dies Jahr gab es an Dividenden schon 473,58 Euro, die natürlich immer wieder fleißig reinvestiert werden. Also wirklich sehr, sehr schön. Kein Vergleich zu 2019. Da waren es knappe 275 Euro. Da kann man doch wirklich nicht meckern. Das soll es ja nochmal gewesen sein von diesem Update. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Lass mir doch sehr gerne noch ein Like da und kommentiere, wie es bei dir im November 2020 lief. Und ich freue mich, wenn du es nächstes Mal wieder einschaltest. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.